Violeta Andrei, Sternchen 21. März 1941 in Brasov, ist eine rumänische Schauspielerin, die auch in mehreren DEFA-Spielfilmen mitwirkte. Leben Andrei studierte an der Nationaluniversität der Theater- und Filmkunst, Ion Luca Caragiale, in Bukarest, arbeitete anschließend als Darstellerin an verschiedenen Theatern in Rumänien und wurde schließlich festes Ensemble-Mitglied des Sturjabulantra-Theaters in Bukarest. Ab den 1960er Jahren folgten Film- und Fernsehproduktionen. Andrei avassierte zu einer der bekanntesten Schauspielerinnen der 1970er Jahre in Rumänien und arbeitete auch mehrfach in der DDR für einige DEFA-Spielfilme, wie beispielsweise Severino. In diesem Film aus dem Jahr 1978 spielte sie an der Seite von Gojko Mittig die Häuptlingstochter Maruja. Sie war mit dem früheren rumänischen Außenminister Stefan Andrei verheiratet.